Das sind die Nether Maniacs. Ist dir das eben eingefallen? Ja, wir waren doch noch nie im Nether. Wen zum Nether interessiert denn das? Ja, okay. Nether Maniacs, ihr seid an Stand 5. Okay, das kommt wieder an, das ist egal. So, hängen geblieben, ne? Sollen wir mal gucken, wir müssen also zum Stand 5. Oh, ist mir warm, ey. So, hier ist eine Truhe. Wir gucken mal in die Truhe zuerst rein, oder? Y? Y. Nochmal? Ach, ich habe das X gedrückt. Ach, du musst ja lesen noch lernen. Hm, was haben wir denn da? Nicht. Nö. Okay, noch was? Stand 1. Wir gucken mal, was auf Stand 1 steht, ne? Stand 1. Ist leer. Niemand. Was ist das hier? Stand 2. Stand 3. Hm, kennt man die? Anquatschen können wir die nicht. Hier war doch gerade eben noch was. Da hinten. Was ist das da hinten? Aha, da steht schon Olivia. Olivia. Ja, da steht schon Olivia. Was ist das hier? Wir gucken mal, was ist das hier? Stand 2. Hier kannst du mal drücken. Y. Stand 2. Wer ist da? Ich kenne die alle noch nicht. Die stehen hier alle und quatschen, ne? Guck mal hier, willst du den mal ansprechen? Y. Als ob die ganze Stadt hier wäre, sagt er. Hier ist auch noch was. Ein Schild. Hast du da drauf? Stand 4. Mir gefällt das nicht. Wo bin ich denn da eigentlich da hinten? Wir laufen mal hier lang. Aha, hier. Da, guck mal, da winkt Olivia. Gucke. Drück mal auf Y an. Mal gucken, was passiert. Drück mal drauf. Ist das ein verdammtes Leuchtfeuer? Die haben ein verdammtes Leuchtfeuer. Verdammtes Leuchtfeuer. Leute, du kannst nicht reden, wenn ich hier lese. Das ist ein gefärbtes Glas. Die bauen nicht einfach nur ein Leuchtfeuer. Sie bauen ein Regenbogenleuchtfeuer. Keine Angst, das schaffen wir. Oder ein Leuchtfeuer klingt nicht beeindruckend. Oder unser Design. Das schaffen wir. Das schaffen wir, okay. Warum macht ihr euch Sorgen? Wem willst du was vormachen? Gar nichts geht hier. Wir haben ein Maskottchen. Wir sollten aufhören, sie anzustarren. Haha, schaut mal. Ist das der Ordnerverlierer? Mal wieder. Der war gut, Jill. Wir schauen uns nur um. Ihr könnt es euch in Ruhe anschauen, wenn wir gewonnen haben und es auf der Endercon aufgestellt wird. Ihr seid unhöflich. Vielleicht nicht ihr alle. Man darf auf der Endercon nichts zu essen dabei haben. Ruben ist kein Essen. Lass ihn in Ruhe oder halt die Klappe, du Idiot. Lass ihn in Ruhe. Lass ihn in Ruhe. Ihr solltet euch wirklich nicht mit Ruben anlegen. Ich tue, was ich will. Außerdem, was kann ein Schwein schon anrichten? Rede nur weiter. Du wirst es schon sehen. Hör auf, deine Zeit zu verschwenden, Aiden. Wir haben zu tun. Ihr habt Glück, dass ich beschäftigt bin. Hey, Jesse, Leute. Hey, Petra. Wie läuft das? Das wird die Zeit zeigen. Aber wir sind optimistisch. Petra, ich habe mich noch gar nicht für den Neter-Stern bedacht. Hey, Lukas, kein Problem. Du hast diesen Deppen geholfen? Für den richtigen Preis helfe ich jedem. Ihr wisst ja, wo ihr mich findet, wenn ihr was braucht. Nein, das wissen wir nicht. Genau. Petra, nichts für ungut, Leute. Wenn ihr mit Petra klarkommt, kommt ihr auch mit uns klar. Möge das Team gewinnen, was am besten ist. Wir werden euch zerschmettern oder bringen deinen Freunden mal bei mir bei. Wieder das Team. Möge das Team gewinnen, meinst du? Hm. Okay, pass auf, was du dir vornimmst. Wir werden ja sehen. Meine Damen und Herren, willkommen beim Bauwettbewerb der Endercon. Das Bauwettbewerb, das Bauwettbewerb der diesjährigen Gewinner wird auf der Endercon präsentiert und die Gewinner werden Gabriel, den Krieger, persönlich treffen. Ocelots. Wow, ein Handschiff. Wir haben keinen Handschlag. Wir denken uns einfach mal einen aus. Okay, Erbauer auf Hausschlag, Kriefergriff, Redstone Wrap oder Kriegerkralle? Sag an. Kriegerkralle. Kriegerkralle? Die Kriegerkralle. Und ich bin wieder nervös. Rede nicht so, wir schaffen das, Mann. Halt dich einfach an dem Plan und alles wird gut gehen. Dieses Jahr können die Netto-Maniacs nicht verlieren. Packen wir es an. Das Bauen beginnt jetzt. Okay, es wird gebaut. Jetzt müssen wir mal gucken, ob wir es hinkriegen. Erstmal ganz viel A. Oh nein, ein Feuerwerkspender. Jetzt habe ich aber, aber, Angst. Kümmert euch über euer Projekt und wir kümmern uns um unseres. Okay, jetzt haben wir erstmal das gebaut. Und nun? Da ist ein bisschen Redstone drauf. Und weiter. Aha, guck mal an. Was sagst du dazu? Steht schon ein Zombie. Da ist irgendwas mit Lava und wir haben einen Zombie. Und jetzt der Moment der Wahrheit. Wird schon schief gehen. Das sieht so cool aus. Wir haben den Sieg schon in der Tasche. Wie kann man einen Zombie nicht lieben? Gute Idee, Jessie. Leute, wir werden beobachtet. Gutes Konstrukt, Mann. Was? Unmöglich. Das ist doch nur ein Haufen gefärbter Wolle. Oh nein, Ruben brennt. Ruben, nein, komm zurück. Das war eben der Schwachkopf. Die Lava kommt immer näher. Sie wird unser Konstrukt zerstören. Ruben wird sich verlaufen. Hilf, Ruben zu finden oder bleibt hier, rettet die Maschine. Hilf, Ruben zu finden. Wirklich? Ja. Wir müssen Ruben finden. Wir sind gleich hinter dir. Jetzt brennt aber unser Bauwerk ab. Na, ob die Idee gut war? Jetzt verbrennt unser Bauwerk. New Kid on the Block. Ich sehe ihn nirgendwo. Ruben? Die Sonne geht unter. Wir müssen ihn bald finden. Er kann überall hingelaufen sein und dieser Teil des Weihes ist riesig. Wir finden ihn leichter, wenn wir uns aufteilen. Wenn ihr euch verlauft, orientiert euch einfach an den Lichtern, die ihr ändern könnt, um zurückzufinden. Okay? Alles klar. So. Und jetzt müssen wir Ruben suchen. Ruben? Wo bist du? Grundteilver, wenn du mich hören kannst. Guck mal, das sind Hufspuren und da ist eine Eiche. Man muss mal die Eiche anschauen. Guck mal, was da ist. Willst du drücken? Y. Y. A. Mal sehen, was da passiert. Korne Spur da. Und dann gehen wir uns mal die Hufspuren hier anschauen. Schweinespuren. Gut, dann gehen wir in die Richtung, oder? Wollen wir mal hier. So, wir laufen mal hier drumherum. Was ist denn hier hinten noch? Was ist denn das da? Aufsteigender Rauch. Wollen wir das uns mal angucken? Könnte das von Ruben sein? Nein. Nein. Dann laufen wir mal da hin. Er muss hier vorbeigekommen sein. Ah, guck mal, da brennt der Baum. Ach, du dickes Ei. Brennender Baum. Der wird immer, der brennt immer mehr. Sieht nicht so aus, als würde das Feuer gleich ausgehen. Ich werde Ruben, er hat es jetzt gelegt. Okay, wenn es Ruben hier lang, dann muss Ruben ja hier lang gelaufen sein. Siehst du irgendwo noch was, was wir anklicken können? Nee. Das sind Haufen Schweine. Ruben, bist du da drin? Was ist denn da hinten? Da hinten sind Büsche. Und hier sind Hufspuren. Was ist das da? Drück mal drauf. Birke. Guck mal, was er am Birkenbaum findet. Nicht. Dauernd, da war nichts. Was haben wir hier? Das sind noch weitere Hufspuren. Die laufen alle im Kreis. Das ist klar, es sind auch Massenschweine hier. Blöde Schweine. Da hinten ist doch noch. Da ist noch was und da ist auch noch was. Hier sind ja schon drei Schweine. Gucken wir uns die mal an. Ruben, nicht ihr Leute. Schweine, also alle Schweine außer Ruben. Klappe halten. Na, drück mal. Auf A muss ich drücken jetzt. Mal gucken, was da passiert. Wir brauchen ja hier eine Playstation 4. Wir haben ja das hier. Ist doch auch toll. Kommt ein Huhn raus. Was meinst du, folgen wir den Hufspuren? Wir müssen ja hinlaufen. Guck mal, hab ich das vergessen? Gibt es da noch mehr? Hast du was übersehen? Nö, ne? Nee. Wenn ich hier nicht durchgehe, kann ich nicht durchgehen. Lauf mal dahinter, ja? Lauf mal hier durch. Ob der Ruben findet? Mal gucken, ob er Ruben findet. Nicht, dass er so verbrannt ist, ja? Mhm. Ruben, so langsam wird es ja aber unheimlich. Warte mal, da ist was? Da hinten. Da ist Rauch. Was steht denn da drauf? Schwelendes Kostüm. Das ist Rubens Kostüm. Pass auf, gucke. Ruben, Ruben. Oh nein. Bist du da drin, Kumpel? Drüben auf A. Oh nein. Du hast dich hoffentlich nicht rüsten lassen. Puh. Jetzt drück mal auf X. Austreten. Lass mal das Feuer gelöscht. Aber das Schwein ist weg. Das Kostüm liegt nur noch hier rum. Da ist brennt Licht. Da drin, da brennt Licht, ne? Wir haben es verlaufen, ey. Jetzt kommen wir bestimmt hinten, Jeter. Sag mal hier. Ja, sehen, ob das noch was gut ist. Schwarzes Loch. Willst du mal drücken? Oh je, oh je, oh je, oh je. Oh je. Eine Spinne. Eine Spinne. Ach, das macht mir Angst gerade. Ich bin auch der Meinung, als ich das letzte Mal gespielt habe, bin ich nicht in die Höhle gekommen. Ich weiß gar nicht, warum ich jetzt in der Höhle bin. Aber wir hatten ja nicht so weit gespielt. Ne, das stimmt. Das ist alles, als ich gestern mal gezeigt habe. Aber ich glaube auch, als ich das vor einem Jahr gespielt habe, das weiß ich nicht. Aber vielleicht, ich meine, man vergisst ja auch schnell mal Sachen. Hier wackelt irgendwas am Gras. Was ist denn das da? Hohes Gras. Willst du mal auf A drücken? Das wird bestimmt wieder bloß ein Hohen sein oder eine Spinne. Ja, mal sehen. Oder irgendwas anderes. Da ist ein Schweißen. Ruben, da bist du ja. Ruben. Ruben. Verschwinden wir hier? Du steckst in großen Schwierigkeiten oder ich bin froh, dich zu sehen? Ich bin froh, dich zu sehen. Ich bin froh, dich zu sehen. Ruben wird das nicht vergessen, steht da immer oben. Also alles, was wir sagen, vergessen die alle nicht. Ach, du dickes Ei. Hast du ein Diamantschwert dabei? Ruben, lauf! Puh, ich glaube, wir haben es geschafft. Ah! Ich glaube, wir haben es jetzt geschafft. Ah, super. Jetzt muss man hier auf Knöpfe drücken. Das ist ja super. Man ist begeistert. Ich weiß gar nicht, wo die sind. Y, X, B, A und Holzschwert. Ich bin ja begeistert. Aha. Zurück, los, zurück. Ruben, bleib hin. Ich passe auf dich auf. Das würde ich ja auch mal versuchen. Das ist schwer. Okay, jetzt rechts oder links. Wohin? Rechts. So, aha. Ich würde auch mal schlagen. Mann, nein, nein, nein. Würdest du noch schlagen? Mit dem A-Knopf wirst du schlagen, oder? Jetzt. Okay, du warst schneller als der Zombie. Pass auf. Ah. Okay. Oh, nein. Dumme Holzschwatter. Und? Jetzt kommt eine Spinne. Ich weiß, das sieht übel aus. Ich lasse mir was einfallen. Lauf, ich lenke sie ab, oder bleib dich bei mir, ich schütze dich. Lauf, ich lenke sie ab. Lauf, ich lenke sie ab. Du musst versuchen, wegzulaufen, okay? Wir treffen uns in der Stadt wieder, versprochen. Lauf jetzt hier, sofort. Hau ab von mir. Ah. A drücken. Geh weg. Und Y. Da. Die Spinne ist weg. Die Spinne ist weg.